Hallo Leute, heute möchte ich euch das 60 Watt Faltmodul von ECOVERSY vorstellen. Jeder kennt das, wenn man heutzutage unterwegs ist, hat man doch eine ganze Menge an elektrischen Geräten bei sich, die meistens über einen USB-Anschluss geladen werden. Entsprechend nimmt man natürlich auch eine Powerbank mit. Aber was, wenn die Powerbank unterwegs alle ist? Natürlich, da bietet sich Solar an. Wenn man ein Solarmodul mitnehmen will, dann muss man immer einen Kompromiss zwischen Gewicht, Platz und Leistung machen. Dieses Faltmodul ist bestens geeignet, eine ganze Reihe von Verbrauchern zu versorgen und gleichzeitig immer noch klein genug zu sein, dass man das mit sich mitnehmen kann. Selbstverständlich kann man an den Laderegler auch eine Batterie anschließen, aber in diesem Falle ist es völlig ausreichend, wenn man eine Powerbank nutzt, die man sowieso bei sich hat, zum Beispiel 10.000 mAh, und der zweite USB-Ausgrund kann gleichzeitig genutzt werden, zum Beispiel für eine Kamera, ein Tablet oder ein Handy oder was auch immer. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem 60-Watt-Faltmodul. Bye-bye! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.